so servus freunde herzlich willkommen zurück zu dead by daylight und zwar diesmal spiele ich uns meinen favoriten den trapper und nicht weil er die musikrichtung mag sondern weil er diese bären fallen stellt und leute davon abhält die generatoren zu aktivieren ich hoffe das wird ein kompletter fail wie das mit dem geist weil es war ein bisschen scheiße ich mag den geist ja auch nicht weil das irgendwie ja wie gesagt so richtig beschissen eigentlich und ja ich habe die bärben fallen schon ein bisschen abgebildet man sieht die haben jetzt die zähne und die zähne sind eigentlich ziemlich nice gut hier ist nichts ich brauche noch ein paar bärben fallen auf jeden fall lieber ich habe ja auch schon ein paar perks freigeschalten hier war anscheinend schon einer okay nice er ist erwischt war nur ein ich muss jetzt erst mal atmen hören da ist er da ist er mein Freund aus einer anderen Land Arschloch du Arschloch Schokotrink für immer ich glaubt er kann einfach so weglaufen diese Sau haha ja so wo haben wir denn hier das müsste sich ausgehen geben wir ihm auch noch eine da hinten ist einer ich werde versuchen glaube ich rauszuholen aber ich ihn kann nicht dazu ah scheiße selber in die scheißfalle rein jetzt haben wir den zweiten jetzt auf alle was ist denn das hier für ein auflauf werden das gibt es hier sind jetzt schon zwei verletzte immer die befreit missgeburt na warte 22 sind schon ziemlich verletzt die checkt das irgendwie nettes mit dem losreißen ok wir sind vorsichtig sein also sie sie haben einen schon aktiviert wieder einer ist noch ziemlich verletzt einer hat sich kalt das war ein bisschen aufpassen dahinten sehe ich ihn wie weg läuft sie wollen sie auf jeden fall auf jeden fall retten aber da gleich tot sein können auch die falle wieder mitnehmen ja mindestens einen töten auf jeden fall also einer ist immer easy wenn man entdeckt das ist das problem wenn man halt wenn man halt wie ich sagt auf mehr leute aufpassen muss dann ist es natürlich schwierig schwierig hier so das reicht jetzt tot da ist irgendwo hier lang laufen da ist er das bringt er mir hier drüber meistens gehen sie über seinen scheiß drauf da ist er glauben dass ich richtig bene bin scheiße das machen wir jetzt auch noch zwei sind schon verletzt okay Vielen Dank. Oder sie versuchen es bei dem anderen Ausgang. Das weiß ich auch noch nicht. Der andere hat sich auch wieder kalt. Der andere hat sich auch wieder kalt. Ich bräuchte ein paar Fallen mehr. Aber da sind hier keiner in der Nähe. Dieser eine Falle bringt mir wirklich nichts. Ich werde mal den Eingang der Farbe rekordieren. Ich werde mal den Eingang der Farbe wegnehmen. wieder keiner ich habe die versuchen alle noch hier raus zu kommen naja einheit schon wieder raus geschafft und auf der anderen seite der zweiter ist auch wieder raus geschafft ja zwei wir sind scheiße kleiner drehen war trotzdem naja schade schade echt schade wirklich naja freunde falls es euch gefallen hat lassen lektor und falls noch mehr sie wollte dann sagt mir in den kommentaren bescheid bis zum nächsten mal servus